Dann haben wir drei Schafe. Wir haben ja noch Laien an sich. Die kann man ja auch mal verwenden. Was haben wir hier noch? Hübsche. Sehr gut. Die müssen wir jetzt erstmal wieder hier irgendwie rauskriegen. Das ist leider ein Problem. Ach ja, und die Muschum haben wir ja auch noch. Muschi. Muschi. Musch. 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 Ich wollte erst, ich wollte gerade sagen, so von wegen, jetzt können wir doch das der Rest solche Heu an Ruth verkaufen. Aber Ruth existiert nicht mehr. So, wieder zu. Da haben wir gerade jetzt so richtig die A-Karte. Aber, es scheint auch ein bisschen... Nevermind. Wir brauchen Licht. Wir brauchen sehr viel Licht. Einer hier. Da ist er noch. Da haben wir noch Stöckchen. Hm. 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 Weil Stöckchen jetzt nicht das Problem sein soll. Hm. Weil Cola haben wir ja noch. Das ist ja nicht das Ding. Aber wir brauchen ein Trinklicht. Wir haben uns hier so ein bisschen sehr im Dunkeln sitzen lassen. Hm. Oh, da sind wir auch los. Wir sind sehr im Dunkeln sitzen lassen. Haben wir überhaupt noch Kohle? Ja. Das lässt du mal da drüben? Warte mal, wir haben doch noch... Oh, wir haben die Scharzt nicht mehr. Wir haben die Prismarine-Shards nicht mehr. Das heißt, wir können keine Prismarine-Leuchten mehr machen. Weil ich glaube, die können sie nicht abbauen. Ich wollte gerade sagen, welcher Baum hat denn hier gestanden? Ich brauche eigentlich was zu trinken. Was ist denn die Sticks? Ah, hier. Gerade so kann ich es noch erklären. Gerade so. Oh, man hatte so viele Pläne. Kann man sich jetzt alles sparen? Weil wozu braucht man ein Dorf, wenn man keine Villager hat? Reste in Pieces, Ruth und Brenda. Gerade so kann ich erkennen, was ich hier habe. Gerade so. Nee, die sind noch nicht so weit. Ich kann sie noch nicht töten, weil es nur noch zu wenige ist. Ich denke es. Okay. Machen wir unsere ursprüngliche, unsere typische... Taktik. Wir schmeißen uns alles hier rein. Gesamtes Inventar. Alles, was hier irgendwie noch Platz hat. Dann hast du gar kein Platz mehr. Dann müssen sie mich erstmal wieder warten, bis genug Kühe da sind. Dann haben wir die Flügel. Ich bin wie ein Birt, ich nur fliehe, ich nur fliehe. Lalalalalalalalalalalala. Lalalalalala. Ich glaube, ich kann fly. Gehse. 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 obwohl wir haben gerade monstern ecke immer zu sagen nein er ist explodieren gestorben wir haben gerade eh keine pfeile du fühlst dich hier wohl am fischteich und aber keine fische mehr drin also nicht mehr viele wir müssen mich dahin ja schade dass wir keine seelaterne machen können und ich fürchte was auch immer jetzt hier demnächst noch ein an stein kommt können wir irgendwann hier abbauen ich brauche ich nicht nicht ich glaube wir haben genug monster am hals dann müssen wir dann erstmal dafür sorgen dass sie verschwinden dass wir das dann reparieren können bzw verbessern dann machen wir oben die fackeln wieder weg und dann hoffe ich dass das funktioniert und dann müssen wir wirklich zusehen dass wir an stein kommen bruchstein guck war da wenn man aus bruchstein kann man jetzt nicht mehr abbauen was verkaufen blaue eis ich weiß da sind muss ich auch meine freude du hast dich hier frei bewegen minuten bock da hat noch einer so ein spender auf dem kopf warum spawn eigentlich doch monster ich habe doch beleuchtet da oben oder nicht oder haben wir wieder die fackeln ausgemacht wundern würde mich das nicht warum so viel redstone gibt mir einfach stein damit könnte ich mir anfangen und nein wird gerade ein fuchs von einem der abhahn danke also an hielern sonst uns nicht machen wir haben echt viele wir haben zwei füchse wir nicht vermehren können weil wir keine süßbären haben möchtet ihr langsam heraus was los die frage wie wir die daraus bekommen jetzt doch hier doofen fuchs ist denn da ein bisschen leder das ist nicht auf zauern oder habe ich den mittlerweile auch schon wieder verloren der wahrscheinlich auch wieder kann man nicht würde mich jedenfalls nie und das nur weil die aasgeigen einen alles kaputt machen müssen das sind auch noch andere spannende wir müssen da raus und zwar dringend das mit dem essen war gerade eigentlich eine idee weil letzten ende sie müssen ja trinken das ist ja eigentlich das große ding was wir eigentlich machen müssen dann hoffe ich dass die füchse so brav sind und direkt hier raus gehen ich will euch nämlich gerne behalten ich will euch nämlich gerne behalten wir schnappen den an der leine so kann ich noch was sehen ich glaub das müssten sie sein aber ich bin mir nicht sicher ähm ne moment das bringt gerade da nix wenn man nix sieht ist es halt doof also ähm sortieren wir hier auch mal wir sortieren später alles noch ganz anders jetzt müssen wir erst mal wirklich wir spielen noch mal das schöne spiel aber später nervig essen essen das brauchen wir eventuell das und das essen da ich kann sagen ich hatte aber noch Steak wo ist das hin das ist nicht okay das ist nicht okay das ist nicht okay das ist nicht okay und tschüss warte ins Wasser ähm auch guck an der weißbuchs wollte doch danach so du kommst wieder zurück los zurück mit dir du gehst zurück los du gehst da zurück du gehst da zurück du gehst da zurück es ist hier gar nicht ganz ungünstig los rück rüber da ja okay dann oder auch solche die mal ja muss rüber da ja komm bevor ihr irgendwie noch weg sterbt hier das möchte ich nämlich überhaupt nicht das wäre recht schade um diese fixe es sind nämlich die letzten zwei ich weiß nicht mal ob die überhaupt miteinander verpären können sondern mal eins ist da genau dann bleibt man da den anderen den anderen den anderen ab nach da da hat er mehr Auslauf doch doch einer ist drüben der zweite kommt hier was los beide ja wunderbar doch ihr könnt euch nee sehr dank brav Hey los rüber da brav Nummer 1 los die scheue ich noch mal da hin genau aber danke hat endlich geklappt zumindest die sind wieder da wo sie hingehören immer noch alle meine kürze mir jetzt kommt er erst mal raus aus der engel die sind jetzt schon wieder explodiert mann 1, 2, 3, 4, 5er wachsende Kühe, ne, 6er wachsende Kühe und 5 kleine. Es tut mir leid. Drei, eine noch, bitte. Äh, noch eine. Es tut mir leid, ich brauch dringend Leder. Ich brauch das wirklich dringend. Dankeschön, wir haben alles. Zumindest müssen wir uns jetzt nicht mehr in den Abgrund stürzen. Schlup, 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 schlup. Dankeschön. Und es ist auch sehr gut, dass die Kühe... Keine Pfohle mehr. Ah ne, warte, die haben wir, glaube ich, oben, ne? Also, hier oben waren es schon die ganze Zeit drei. Das ist okay, das ist richtig, das muss so. Äh, mal gucken. Terracotta, das können wir noch braten. Das brauchen wir zum Braten. Das ist, sagt, kommt hier rüber. Aber sonst hier. Bitte, 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 bitte. Die werden wir auch noch brauchen. Wenn man heute nehmen, den Rest weiß ich noch. Ja, das ist so ziemlich alles, was wir haben. Die Sonne geht unter. Warte mal, gehen wir erstmal eine Runde pennen. Damit nicht so viele Monster spawnen. Die auch, weil mittlerweile schon getötet wurden. Ne, das ist ja unglaublich. Den Deathcounter kann man gar nicht so viel verwenden, wie ich zurzeit sterbe wieder. Äh, kommen wir da noch hoch? Oh nein, da oben ist was explodiert. Ne. Was ist denn nur los mit den Viechern? Pfeile? Ne, haben wir nicht. Wenn wir Pfeile machen, das stimmt. Was wir brauchen, ist Kies und Federn. Kies haben wir oben drin. Geh mal weg. Wir brauchen einen Ringen, Pfeile. Da bin ich mal da ran. Danke. Äh, bin ich mir auch so? Ne. Da war schon einer. Drei. Wir wollen uns auf jeden Fall Pfeile machen. Gar kein Problem. Und dann machen wir die ganzen Krieger da fertig. Und dann hoffe ich, kommen wir da erstmal wieder ran. Das ist gerade so meine Hoffnung. Gebt mir mehr Flint. Ich brauche mehr Feuerstein. Ich hatte ja eigentlich eher am Anfang noch so einen Scherz gemacht. So von wegen, ja, wir bauen uns dann halt eine Monster Farm. Oh halt. Äh. Ne. Ähm. Haben dann jede Menge, äh, jede Menge, äh, 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 Schießpulver. Und daraus bauen wir dann jede uns ganz viel TNT und zum Schluss jagen wir uns auf unsere, äh, äh, Dings in die Luft. Ach, diese Enderman. Der Effekt ist geil, aber es ist auch echt ein bisschen nervig. So. Lassen wir die hier erstmal ins Bodenlose fallen. Dann machen wir hier erstmal unsere Ruhe. So, und unpraktisch eigentlich. Ähm. Warte mal, das ist Eichenholz. Na gut. Und dann zahlt auch nicht viel. Gut. Das wird jetzt sehr witzig. Und gefährlich. Und wir brauchen ein Eichenholz. Haben wir Knochen? Ich wollte gerne, dann. Das ist ein sehr, sehr kleiner Baum. Oh. Du siehst, ein kleiner Babybaum. Ähm. Okay. Äh. Plan ist es, äh, einen Teil der, der, der Slaps einfach mit weiteren Slaps zu füllen. Hauptsache, die sind nicht mehr. Und Hauptsache, die exaktieren nicht mehr. Da, wo ich's, wenn ich auch nicht angebracht habe. Und dich da, würde ich auch gerne mal loswerden. Ich glaube, du gehst dem Eisbären ziemlich auf den Sack. Okay. Oh. Dann hat der nämlich jetzt auch seine Ruhe. Der ist so eingeschüchtert, der traut sich schon gar nicht mehr raus. haben wir flitten hier mal ein paar löcher die bundel schon miteinander ein so kommt rüst für mich einsetzen aber wir haben ja noch wir haben es ja das ist gar kein problem so dann haben wir jetzt menschen teil davon vielleicht ist auch gar nicht so viel sondern halt nur die unteren machen da oben ist auf jeden fall noch was reparieren ich schwören konnte ich habe gerade meine fackel gesehen ich habe Angst und das meine ich echt ernst weil ich habe Angst darunter zu fallen ich habe so Angst darunter zu fallen ich möchte da nicht mehr mit arbeiten und du gehst mir ziemlich auf den Sack aber ich geh jetzt wahrscheinlich auch was 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 Ich geh mal noch ein Hühnchen rupfen, nur eins. Sag mal, hallo, bitte nur eins, danke. Dankeschön. So, dann gucken wir doch mal, was hier so in den Überraschungseiern drin ist. Immerhin waren die Füchse ja auch brav und haben sich ja jetzt doch hier reinscheuchen lassen. Also werden die jetzt erst mal gefüttert. Guck mal hier, boink, boink. Ja. Ah, süß ist ja auch, die fressen, dass er niemals aus. Ist, ist, nur für euch, ja, lecker Hühnchen, genau wie ihr es wollt, roh und ungewöhnlich. Ach, süß. Jetzt scheint da oben auch genug Tageslicht reinzukommen, dass man vermutlich jetzt gerade seine Ruhe hat. so wenn du nie in den Riesen. So. So. Süß. Hmm. So. 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 Okay. Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn wir nur die hier machen. Äh, ja, ja, dass wir nicht alles komplett machen müssen und dann wirklich nur... Und dann reparieren wir den ganzen Schmuh da oben nur noch und dann ist gut. Und den hier unten natürlich auch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Muss ja auch so repariert werden, ne, dass... Äh, wir gehen erst mal schlafen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett. Ah, nur ganz kurz. Hallöchen. Nur nach 2030 Witzers. Weil hier haben wir noch ein bisschen Bruchsteine. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Bevor irgendwelche Mops spawnen. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst.